Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, PokéDentist. Es freut mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wir werden uns heute natürlich mit dem neuesten Set, was am 2.8.2024 auf den Markt gekommen ist, auseinandersetzen, nämlich Nebel der Sarge. Ein sehr umstrittenes Set, würde ich sagen, und ich werde heute zwei Boxen öffnen, und zwar einmal hier diese C-Tracking-i-Xbox und eben noch die Kwayatsu-i-Xbox, die wunderschöne Promokarten beinhalten. Ob sich das ganze Set aber lohnt oder ob man es vielleicht skippen sollte, das werden wir in diesem neuen Format auf meinem Kanal herausfinden, nämlich RIP or SKIP. Und damit würde ich sagen, direkt ins Video. So, da sind wir auch schon mit dem Opening. Wir haben hier, wie gesagt, einmal die Kwayatsu-i-Xbox und die C-Tracking-Box. Und ich würde die einfach mal beide auspacken, und dann schauen wir uns mal die Karten an, warum man eigentlich auch diese Box kauft, nämlich die wunderschönen Promokarten. So, und da sind wir auch schon. Hier sind einmal diese Goxi und Amphizel. Und dann haben wir diese wunderschöne Kwayatsu-Homo mit einem richtig geilen Effekt und Foil. Und natürlich hier diese zwei Sepa und Seemon mit dem Galaxy-Foil, was auch richtig cool aussieht. Und, zu guter Letzt, mein Favorite und wahrscheinlich die Karte, die da am meisten als Chase-Karte durchgeht, tatsächlich in dem Set, ist die Cedra King-i-X-Karte. Wir haben hier eine ganz gute Condition. Und, ja. Man zahlt UVP, glaube ich, 34,95. Wer weniger bezahlen muss, will, dem empfehle ich einfach mal bei pokecheck.de nachzuschauen. Dort findet ihr auch meine Videos verlinkt. Und ihr könnt dort nachschauen, was der günstigste aktuelle Preis ist von ganz vielen Shops, die schon dabei sind. Und ich würde einfach mal den Link auch in die Videobeschreibung packen. Wir legen einfach mal die Promokarten hier oben hin und haben jetzt zehn Booster, die alle übrigens hier liegen. Und, ja, was soll ich sagen? Chase-Karte, Snowbilly-Karte, diese Trainer-Karte. Oh Gott, den Namen kann ich nicht aussprechen, aber die mit der Brille. Ich werde sie einfach mal hier irgendwo einblenden. Und wir starten mal mit dem ersten Booster. Einmal hier die Code-Karte für euch. Eine Karte nach vorne. Und, so, und jetzt habe ich gesumt und ich würde sagen, los geht's mit dem ersten Booster. Und ich sage, gehen rein mit Feuerenergie. Nein, Metall. Ja, genau. Hier ist es so billigert. Das wollen wir natürlich als Illustration-Rare haben. Schafax. Häufworf. Ein Toxiquark. Der alte Kriechflügel. Äh, Akromas Beharrlichkeit. Die Pool-Rate soll auch sehr schlecht sein. Es kommt bei dem Set noch dazu. Es ist übrigens exakt das gleiche, ähm, wie das japanische aktuelle, was eigentlich nie bisher so war, soweit ich weiß. Es ist genau das gleiche. Oh, und da haben wir eine Poke Vital A. Ace-Back-Karte. Erster Pool. Und? Hatina Raja. Und nächstes Booster. Genau, mir fällt der Name des japanischen Sets natürlich nicht ein. Es ist, ähm, aber das aktuellste, was draußen ist. Und, genau, wir sagen einfach jetzt hier mal, boi! Nein. Na, Dardhogs? Mich würde mal interessieren, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr euch das Set gekauft? Wir werden am Ende übrigens noch feststellen, rip or skip. Wobei ich jetzt schon eine eindeutige Meinung dazu habe. Werde ich aber am Ende dann nochmal sagen. So, Milza. Reverse. Dann. Hatina Raja. Schon wieder. Ach, das war eine Reverse. War jetzt nix. Booster Nummer drei. Ein da. Ups. Zur Ruhe übrigens. Äh, Quatsch, was mach ich denn hier? Ich nehm einmal die Code-Karte. Eine Karte nach vorne. Und Wasser. Geh mal hier ein bisschen schneller jetzt durch. Zur Ruhe ist auch übrigens eine schöne Illustration Rare. Die Preise, die ich später einblenden werde, falls ich überhaupt was ziehe, äh, sind, äh, ja, Release-Preise. Die kann man jetzt nicht so sehen, als wären die irgendwie gesetzt und dauerhaft. Da würde ich einfach noch ein bisschen warten. Traumato. Schafax Reverse und Bonino. E-Ex. Immerhin eine E-Ex-Karte. Später werde ich natürlich auch alle einschieben und machen weiter mit dem vierten Booster. Sehr schade, dass ich das jetzt nicht zum Release rausbringen konnte, das Video. Aber, da war der Lieferant etwas zu langsam. Feuer. Nein. Sipa. Guckt mal hier. Ach, man sieht's ja gar nicht. Witzig. Sehr witzig. So, einmal wieder da hoch. Rolbart. Milzer. Snebel. Ich mach die jetzt da unten hin. Genesect. Schneebunja. Der Rot. Eisenfalter Reverse. Iskala. Und eine Full Art. Infamomo. Also. Ich bin ganz ehrlich. Schön ist anders. Das ist nicht. Weiß nicht, ob ich dieses Pokémon geil finde. Ich glaub's eher nicht. Aber. Immerhin. Ist ja die Pull Rate ganz okay. Wir wollen aber Illustration Rares. Deshalb haben wir uns heute hier versammelt. Um Illustration Rares zu ziehen. Ich sag Wasser. Sehr gut. Dann Absol. Simon. Irlicht. Ne, Zwirlicht. Bauerstanduhr. X-Bad. Bellischt. Absol. Mensch, das könnt ihr doch jetzt mal was gönnen hier. Und Caputoro. Booster Nummer. Netz. Wenn ich richtig gezählt hab. Es soll auch vorkommen, dass ich mich da verzähl. So. Eine Karte nach vorne. Und. Ich sag. Hm. Pflanzenenergie. Alter. Es läuft ja richtig. Wenn ich jetzt noch dafür. Äh. Was Gutes ziehen würde. Wäre doch super, oder? Milza. Ohne Ende. Kortosori. Akademie bei Nacht. Kyurem. Die Nachttrage. Patinaratja. Oh. Gold ist gut. Gut. Also ich kann mich bisher jetzt nicht beschweren. Über die. Puls. Außer diese hier. Die ist sehr oft da. Aber. Die sieht doch ganz geil aus. Schöne Goldkarte gezogen. Das. Äh. Siebte Booster. Bisher ist sie ausbeutet. Bei mir ganz gut. Nebel der Sagen. Ich kann nicht klagen. Und hier ist einmal die Promo. Äh. Goldkarte. Wir machen weiter. Und ich sag diesmal Feuer. Oh. Da hab ich aber Arkes Voilert jetzt. Tut mir sehr leid. Kampf. Traumato. WhatsApp. Absol. Seemon. Dann haben wir ein Silvaro. Akromos Beharrlichkeit. Gibt's übrigens auch als Fullart Karte. Und damit glaube ich auch als Aldat. Bin mir nicht sicher. Hypno. Äh. Ja. Poke Vital. Kennt man ja. Falls das jemand braucht. So. Roak. Holo. Booster Nummer 8. Nachdem wir jetzt hier zweimal die Poke Vital A haben. Ich glaub übrigens, dass dieses Set jetzt für so Sammler gar nicht so geil ist. Aber für Leute, die, ähm, ja gerne spielen, dass da relativ spielstarke Karten drin sind für das TCG. Aber ja, ich würd sagen, dann kann man sich die Einzelkarten auch kaufen. Aber später dazu mehr. So. Und wir gehen weiter mit. Metallenergie. Nein. Nein. Pflanze. Zubart. Also eine Illustration Rare wäre schon noch nett. Iskala. Bautz. Voltula. Calamaneiro. Genesect. Akademie bei Nacht. Als Reverse. Dann Schafax. Und. Ein Zwierfimst Rolo. Ich will jetzt wenigstens eine Illustration Rare. Booster Nummer 9. Und noch nicht die Last Pack Magic, aber kurz davor. Schreib mir mal in die Kommentare, habt ihr was geiles gezogen? Das würde mich wirklich echt interessieren. Ähm. Naja, weil. Ich hab jetzt ja schon eine gute Ausbeute. Aus 10 Boostern. Hab ich hier 2 Ace Back. Die Gold Karte. Eine Full Art. Eine normale EX. Aber, naja. Illustration Rare sind gesucht. Wir wollen jetzt Snowbillica zu... Äh. Äh. Fangen. Ne. Äh. Ziehen. Genau. Okay. Wasser. Nein. Ist da was Gutes drin? Hundluster. Nattox. Toxy Quark. Bauer Sanduhr. X-Bad. Janinas Geheimkunst. Alter. Das ist das Ace Back Set. Und. Schnippel. Und. Zwirfenst. Neutralisierungszone. Ich bin gar kein Fan. Von Ace Back Karten. Aber gut. Last Pack Magic. Eine Illustration Rare wäre wirklich nett gewesen. Ich glaub, dass die auch dadurch relativ teuer werden. Weil die Pull Rater einfach so abartig ist. Und Snowbillica zum Beispiel halt auch schon begehrt ist oder zur Ruhe. Würde ich schon sagen, dass es Karten sind, die man eher gerne hätte. Panty. 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 Jara. Oder wie Panty Ding. Ist auch ganz süß. Der kleine Elefant. Naja. Wir gehen rein mit Feuer. Hä? Äh. Äh. Okay. Wir haben hier irgendwie eine Reverse Basis Energie. Ich bin verriert. Wusste gar nicht, dass es die da drinne gibt. Okay. Dann gehen wir weiter mit Koi. Waff. Last Pack Magic. Absol. Hundemon. Auch eine geile, ähm, IR drin. Power Sanduhr. Gerne Sekt. Ein Mochi. Gerne Sekt. So. Und jetzt hoffen wir. Ey. Wir haben eine. Die ist ja süß. Cool. Ey. Ich bin froh, dass wir wirklich eine gezogen haben. Und. Kaputoro. Das ist doch eine süße Illustration, oder? Muss ich echt sagen. Also. Ich muss sagen. Die Ausbeute. Ist ganz gut. Aus diesen 10 Boostern haben wir. Auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 Hits aus 10 Boostern. Ich kann jetzt aktuell die Hitrate nicht bestätigen. Wir haben hier die wunderschönen Promokarten. Promokarten, über die man ja gar nichts sagen muss. Und wir haben aus 10 Boostern. Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hits. Was eine wirklich gute Ausbeute ist. Muss ich sagen. Klar. Ich habe hier zweimal. Ähm. Ja. Was soll ich jetzt zu diesem Set abschließend sagen. Es ist ein Set, was man auf jeden Fall skippen kann. Ähm. Die Pullrate ist bei den meisten Videos, wo ich bisher gesehen habe, eher schlecht. Muss ich sagen. Ähm. Deswegen würde ich grundsätzlich eher sagen, skip das Set und kauf dir die Einzelkarten. Wenn du die Promokarten haben willst, dann macht es Spaß, so wie ich jetzt hier einfach diese zwei Boxen mal zu öffnen. Äh. Es sind insgesamt so zwischen 55 und 70 Euro, je nachdem, ob man die UVP oder so bezahlt. Wie gesagt, dafür gerne nochmal Puchecheck abchecken. Ähm. Dort könnt ihr die Preise vergleichen. Und ja. Ich würde sagen, war doch ein schönes Opening hier. Wir haben gut was gezogen. Übrigens hier wusste ich auch nicht, dass da Reverse Karten von den Energien drin sind. Das war mir jetzt auch neu. Und ja. Ich muss einfach sagen, es hat sich für mich relativ gelohnt. Im Endeffekt würde ich sagen, skip das Set. Und warte auf Stellar Krone. Das lohnt sich auf jeden Fall viel mehr mit diesen wunderbaren Karten, die da drin sein werden. Kauf dir das Nobilikat, whatever. Warte noch ein bisschen. Und ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Einen Daumen nach oben. Und vielleicht noch einen netten Kommentar. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und ich sage damit. Ciao, ciao. Ciao. .